Ein Superstar zurück auf Anfang. Ganz von vorne. Statt prall gefüllten Stadien heißt es jetzt Nicht ganz so schick hier. Und trotzdem sorgt Deutschlands beliebtester Finne immer noch für Ausnahmezustand. Der Hype um ihn ist ja schon recht groß. Sorry. Nach mehr als 15 Jahren Mega-Erfolg mit seiner Band Sunrise Avenue legt Samu Haber jetzt als Solo-Sänger einen Neustart hin, tourt erstmals mit neuem Album allein durch Clubs. Vor seinem Auftritt in Berlin empfängt er uns im Tourbus und verrät exklusiv, mit wem er hier in echter Rockstar-Manier die Nächte verbringt. Mein Kuschelwalros Mosso schläft neben mir. So bin ich nie einsam, aber er schnarcht extrem. Nebenan gibt's zehn Schlafkojen für die Crew-Kollegen. Übrigens das gleiche Tourteam wie zu Sunrise Avenue-Zeiten. Bis auf die Bandmusiker. Und ohne die und den berühmten Namen Sunrise Avenue im Rücken fällt jetzt alles eine Nummer kleiner aus. Die Zeiten, in denen die Finnen große Hallen und teilweise sogar Stadien gefüllt haben, sind vorbei, gibt der Ex-Band Leader zu. Stadien hätte ich einfach nicht vollgekriegt. Dann lieber klein. Außerdem, von der Bühne aus sieht jedes Stadion der Welt gleich aus, aber jeder Club komplett unterschiedlich. Was er genau damit meint, zeigt uns der 48-Jährige jetzt bei einer kleinen Führung durch den Backstage-Bereich der heutigen Location. Selbst wenn Rihanna, Madonna oder Coldplay irgendwelche Sonderwünsche haben, zahlen sie auch alle selbst dafür. Da bleibe ich lieber bei meiner Gitarre, meinem Kapuzenpulli und einem guten Bett. Mehr brauche ich nicht. Vor den noch verschlossenen Türen warten schon jede Menge Fans. Manche bereits seit über 24 Stunden, haben die Nacht in Zelten vor dem Eingang verbracht. Viele stehen bei gleich mehreren Konzerten in der ersten Reihe und reisen ihrem Idol hinterher. Teilweise bis nach Finnland. Lilian aus Köln hart bei Temperaturen um die 10 Grad seit 6.30 Uhr aus. Bei mir ist es wirklich so ein bisschen noch, um meinen inneren Teenager so glücklich zu machen. Ich war halt wirklich mit 15 auf den Konzerten mit 14, da war mit meiner Mama da und es ist mega schön. Jetzt hat noch das Avenue gewesen, jetzt ist das halt nicht mehr da, jetzt gehen wir zu Samu. Man kann es ja eh nicht ändern. Hauptsache Samu, egal wie, darum geht es hier. Und genau diese Erkenntnis ist 2019 auch der Hauptgrund für den Sänger, die Band schweren Herzens aufzulösen. Schon zu Bandzeiten war mein Gesicht im Fernsehen und auf den Postern. Ich habe die Songs geschrieben, produziert und gesungen. Wenn man ehrlich war, ist es ohnehin seit meiner Jugend einfach mein Projekt. So heißt es seit 2022 für ihn, wenn schon One-Man-Show, warum dann nicht gleich Solo durchstarten? Nach einem finnischen Album und Konzerten in seinem Heimatland? Jetzt auch wieder hierzulande und auf Englisch. Doch die wichtigste Regel auf Tour stand noch auf Sunrise Avenue Zeiten und gilt auch heute nach wie vor. Mama Haber ist bei Konzerten zwar immer gern gesehen, aber darf nicht in den ersten zehn Reihen stehen. Du kommst auf die Bühne wie ein richtiger Rockstar und dann steht da deine Mama zwischen tausenden von Leuten. Du siehst ihre Haare und wie sie denkt, ich bin so stolz auf dich. Und wenn ich dann sexy Tanzschritte mache, meint sie, das solltest du lassen. Sie hat nun mal meine Windeln gewechselt, als ich klein war. Deshalb passt das irgendwie nicht. Und dabei wird es auch bei Samu Habers großer Open-Air-Tour im Sommer 2025 bleiben. Davor kann aber jeder den charmanten Finnland-Import von den besten Plätzen in der ersten Reihe vor dem Fernseher verfolgen. Als Coach bei The Voice of Germany. Heute 20.15 Uhr in Sat.1, Donnerstag auf ProSieben und natürlich immer auf Join. Bis zum nächsten Mal.